Hallo zusammen, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Halleluja. Ich danke Joshua Maschia für diesen Moment und ich danke dir, Herr, dass ich dein Wort weitergeben darf. Halleluja. Ich bete Joshua Maschia, dass du uns also heute noch dein Wort lehrst, Herr, dass wir alle gestärkt werden im Namen Joshua Maschia. Amen. So, also in dieser Sendung, wie ich das immer sage, geht es um Joshua Maschia, unser Herr und unser Elohim. Und wir machen weiter also mit unserem Thema über Joshua Maschia, der unser Herr ist. Unser Thema ist Joshua, also Jesus gleich Yahweh. Also das ist das Thema. Wir sind jetzt also auf Teil 3. Ich hatte einfach so angefangen und stelle fest, also in der Bibel, ja, in der Bibel gibt es viel, viel, viel über Joshua Maschia zu sagen, weil von Anfang an, also von 1. Mose, also Genesis bis Apokalypsis, und in der Offenbarung geht es nur um Joshua Maschia. Und Joshua sagt uns in seinem Wort in Matthäus Kapitel 16, er stellt diese Frage an die Gemeinde, also an seine Jünger. Er sagte, was sagen die Menschen, was sagen überhaupt die Leute, wer der Menschensohn ist? Wer bin ich überhaupt? Also es war schon also wichtig für Joshua Maschia zu wissen, was die Leute überhaupt, also über ihn dachten. Er wollte das wissen. Er fragte also die Jünger, ja, was, wer bin ich? Was sagen also die Menschen überhaupt, also wer, wer, und dann haben sie gesagt, ja, die Menschen sagen, ja, du bist, ähm, du bist also einer der Propheten, äh, du bist also Elia oder, oder Jeremia, bla, bla, bla. Und dann sagte Joshua, wer bin ich? Halleluja. Joshua Maschia stellte diese Frage, hatte ich das schon also letztes Mal in Teil 2, Teil 2 gesagt, und, ähm, ich bete, dass Joshua heute uns also führt und zeigt uns noch, ähm, seine, also weitere Eigenschaften, also von ihm, die zeigen, dass er der Herr ist. Halleluja. So, die Gemeinde heutzutage ist also richtig gespaltet, hatte ich also letztes Mal gesagt, weil jeder, jeder liest die Bibel einfach durch diese denominationellen, ähm, Brille. Je, alle. Die lesen, ähm, die, 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 äh, die Katholiken haben ihre, die Evangelikalen lesen das also durch ihre, äh, Traditionen, viele orthodoxen Traditionen, äh, und man merkt einfach, dass die, die Christengemeinde, also die Christen so gespaltet sind. Wenn ich also zum Beispiel, also einen Christen also treffe, ich treffe also einen Christen und dann, ja, äh, ähm, äh, äh, ich bin ein Christen und mein Freund sich, ah, Christen, Christen und dann, dann nächste Frage, ja, oh, äh, apropos, äh, welcher Konfektion bist du, äh, oder welche, äh, Gemeinde, welche Kirche, bla, bla, bla. Und dann, blödlich, also kommen also Mauer zwischen den Leuten, aber Joshua, Maschia kommt nicht, also für, äh, er kommt also für die Christen. Ich habe so oft, also hier in dieser Sendung schon, äh, schon gesagt, also was wir, also, äh, wer wir sind. Christen sind Leute, die Joshua, Maschia folgen. Jesus Christus. Er ist diese zentrale Person, die, die, er ist die zentrale Personalität, also von der, von der, von der Christ, von, von Christentum, von, 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 von Christsein. Nein. Man ist Christ, weil man Joshua, Maschia folgt. Also nicht irgendwelche Religionen oder, oder, äh, oder Traditionen. Und darum stellt Joshua, Maschia diese Frage heute, äh, wer bin ich? Wer bin ich? In Amos Kapitel 3, Vers 3, die Bibel sagt ganz klar, wie können zwei, ähm, zwei Menschen zusammengehen, wenn sie sich nicht geeinigt haben, wenn sie sich nicht, also, wenn sie nicht übereinstimmen. Aber, man, die, die Leute versammeln sich, beten zusammen, und man hört, also, er einst betet, also, zum Beispiel zum Vater, und nachdem er fertig ist, dann sagt er, okay, jetzt will ich, also, zum, 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 zum Sohn, und dann der Heilige Geist, oder andere, nein, nein, du darfst nicht, also, zum Heiligen Geist reden, oder, nein, nein, du darfst nicht, also, zum Vater, äh, nein, der Vater ist, also, zu streng, nein, ich bitte lieber zum Sohn. Das Schlimmste noch, nein, 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 lieber zu Maria, zu, 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 zu unserer, zu der Mutter von, so eine riesige Verwirrung. Aber woher kommt diese Verwirrung? Einfach, weil viele Joshua, Maschia nicht kennengelernt haben. Und darum stellt Joshua, Maschia diese Frage, Jesus Christus stellt die Frage heute nur an die Gemeinden. Wer bin ich? Diesmal ist nicht, weil, was sagen die Leute überhaupt, wer ich bin? Nein, 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 ihr da, ihr sagt, also, ihr kennt mich. Ihr sagt, oh, ihr folgt mich. Wer bin ich für euch? Ja, wer bin ich? Und als Petrus, also, das, Petrus sagte, äh, Petrus eine Antwort gegeben hatte, Joshua, Maschia sagte, Hm, Petrus, Fleisch und Blut haben dir sowas nicht geoffenbart, nur mein Vater, der im Himmel ist. Alleluja. Aber, die Bibel sagt, und Joshua sagte, ähm, Philippus hatten wir das mal gelesen, sagte, äh, Philippus, du suchst den Vater? Wer mich gesehen hat, hat der Vater gesehen. Und da gibt es also Schwierigkeiten, gibt es Probleme, weil viele Leute sagen, nein, das kann doch nicht wahr sein. Er war auf der Erde und Gott, wie, wie, Elohim, der Schöpfer, kommt, bleibt im Mutter, äh, im Mutterleib, also von einer Frau, und dann kommt raus und wächst, also ist er so ein Kind und wächst und wird als Mensch auf der Erde? Nein, 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 das kann doch nicht wahr sein. Nein, das geht doch nicht. Der Vater ist im Himmel und dann ist er wieder auf der Erde? Hä? Äh, ich sagte da letztes Mal, wieso wollen wir Joshua, Mashiach, wieso wollen wir unsere Schöpfer so begrenzen? So, äh, wie sagt man das, also in einem Box reintun. Dieser Schöpfer kann sich also an tausende, Milliarden Menschen gleichzeitig zeigen. Er kann sich also an einen Menschen, äh, wahnsinn. Oh, Joshua, Mashiach. Heute werden wir mal also eine kurze, kurze Geschichte mal lesen. Das ist also in der Bibel, in der Bibel. Ähm, aber ich werde mal also, äh, bevor ich das also lese, zeige ich euch mal alle, äh, liebe Geschwister, die Bibel von Joshua Mashiach kann man, äh, ich würde das also mal anschauen. Also auf dieser Seite, BIM, das ist also BIM, äh, Bibel, Bibel Joshua Mashiach, auf Französisch, Bibel von Joshua Mashiach, findet man das auch auf dieser Seite. Und hier kann man also auswählen. Und noch eine Info, es gibt also Bibel auf Französisch, auf, äh, Englisch, also auf, auf Deutsch. Dazu sind noch, ähm, ähm, Elberfelder dazu, also Elberfelder dazu gekommen. Halleluja. Ähm, ähm, der Bruder Robert, also arbeitet da so hart da und, äh, es ist hier drin, Elberfelder. Die Lutherbibel war schon da und Tafelbibel auch dazu. Halleluja. Also da kann man also, äh, ganz einfach vergleichen und, äh, finden das also richtig toll. King James Rau, die verschiedene Bibel, äh, Französisch und, und sogar auf Hebrisch, auf, äh, Griechisch. Genau, sind, äh, sind alle, alle dabei und da kann man schon ganz schön vergleichen. Äh, man kann auch die BIM, ähm, auf unserer Seite zurück zum Wort, Seite, wenn man also hier geht, also BIM. BIM und findet auch die Bibel hier. Halleluja. Die BIM ist immer noch nicht, ähm, 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 wurde noch nicht gedrückt. Also wir, für alle, die gerne spenden wollen, also für die BIM, da kann man schon also auf unsere Internetseite gehen und da steht also Bibel, Joshua, Maschia, alle Informationen sind dabei, für alle, die gerne unterstützen wollen, damit wir das, ähm, drücken, äh, drücken können und verteilen. Und wichtig, wichtig, diese Bibel ist kostenlos, darf nicht verkauft werden. Halleluja. Wir wollen nicht, also das Wort des Herrn verkaufen. Amen. So, äh, gehen wir mal, also in, ähm, zurück zum Wort, zurück zu Joshua, Maschia. Ich möchte also eine kurze Geschichte, das ist in, ähm, ähm, Abraham, also erstmal hier in, in 1. Mose, Kapitel 17, Sieht mal hier, Vers 1, Kapitel 17, Vers 1. Und es geschah, als Abraham ein Sohn von 99 Jahren war, da ließ sich Jahwe dem Abraham sehen und sagte zu ihm, ähm, ich möchte, dass ihr das seht, sehen, er ließ sich sehen, obwohl die Bibel also ganz klar sagt, also in, ähm, also der Herr hatte zu Mose gesagt, du kannst mich nicht sehen, wenn, wenn mein Gesicht, wenn mich also Gesicht, wenn mein Gesicht sieht, also der, dann wieder nicht, also leben. Halleluja, das ist also in 2. Mose, Kapitel 33, also, äh, der Herr sagte das, aber hier, er ließ sich sehen, Jahwe. Und wenn man das also sieht, äh, liest, man denkt, ja, vielleicht war er bloß, äh, das war vielleicht, also nur eine Vision oder, nein, 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 gehen wir mal, also in Kapitel 18, Halleluja. Kapitel 18, Vers 1, Halleluja. Und Jahwe ließ sich im Sehen bei den Terebinten, Mamris. Und er saß am Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages. Das war Vers 1. Vers 2. Und er hob seine, seine Augen auf und sah und siehe, drei Männer. Drei Männer standen aufrecht vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen vom Eingang des Zeltes und beugte sich nieder zur Erde. Und er sagte, Herr, wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Also, man könnte da sagen, hö, der hatte vielleicht so irgendwelche Halluzinationen, er hatte, äh, vielleicht hat er geschlafen oder geträumt. Nein, er sagt, die Bibel sagt ganz klar hier, dass drei Männer zu ihm gekommen sind. Und die Bibel sagt ganz am Anfang, Jahwe, der Herr hatte sich im, also er ließ sich im Sehen. Er ist zu Abram gekommen. Und für die Leute, die immer noch, immer noch nicht glauben, dass der Herr als Mensch auf diese Erde kommen konnte, also kommen kann, die soll man also diese Geschichte lesen. Vers 4 Es werde doch ein wenig Wasser, also es werde doch ein wenig Wasser geholt und wascht eure Füße, also die hatten Füße, wascht eure Füße und lagert euch unter dem Baum. Und ich will ein bisschen Brot holen und stärkt euer Herz, danach mögt ihr weitergehen, denn darum seid ihr vorbeigekommen bei eurem Knecht. Und sie sagten, tu so, wie du geredet hast. Liebe Geschwister, die Geschichte geht also weiter, der hat also, Abraham nahm Butter und Milch und er hat also das Essen vorbereitet, also zubereitet, bla 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 und und. Und ja, und Vers 13, Vers 13 und Jahwe sagte zu Abraham, das war Jahwe. Jahwe saß da und hat also Abraham gesagt, die haben sich unterhaltet. Und da gab es also zwei weitere Männer dabei, also die waren drei, zwei Männer waren dabei. Was ist los überhaupt, also mit diesen verschiedenen, diese Konfessionen, Gemeinden, diese, keine Ahnung, diese Gruppen da, die einfach nicht glauben wollen, dass der Herr ein Mensch geworden ist. Hier sagt die Bibel, er ist ein Mensch geworden. Drei Männer sind zu Abraham gekommen. Lies mal, also und Jahwe sagte zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gesagt, sollte ich tatsächlich unwirklich gebären, so ich alt bin? Vers 14, Vers 14, ist für Jahwe eine Sache zu schwierig? Oh, ist für Jahwe eine Sache zu schwierig? Ist es zu schwer für Jahwe auf diese Erde als Mensch zu kommen? Ist es zu schwer für Jahwe im Himmel und auf der Erde oder auf anderen Planeten oder irgendwo anders gleichzeitig zu sein? Ist es schwer für ihn? die Geschichte die Geschichte ist so Vers 16 und die Männer erhoben sich von da Lies mal Vers 16 und die Männer erhoben sich von da und schauten Sodom gegenüber und Abraham ging mit ihnen sie zu entsenden und Yahweh sagte soll ich vor Abraham verbergen was ich tue ich Yahweh hatte sich also mit Abraham unterhaltet die haben gegessen die haben Brot gegessen die Männer drei Männer waren dabei und Abraham und Abraham wird werden es wird zu einer großen mächtigen Nationen werden und ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde denn ich habe ihn erkannt dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehlen wird den Weg des Yahweh zu halten durch Übung von Gerechtigkeit und Recht damit Yahweh auf Abraham kommen lasse alles was er ihm verkündet hat liebe Geschwister die Geschichte geht weiter die Geschichte geht weiter und die Bibel sagt ganz klar dass Vers 22 ich will nicht also alle Details aber Vers 22 und die Männer wandten sich von da und gingen nach Sodom und Abraham stand noch Yahweh gegenüber zwei Männer sind gegangen und einen ist mit Abraham geblieben und hatte sich mit Abraham unterhalten Halleluja Halleluja und wenn die Bibel uns also in Johannes Kapitel 1 die Leute wollen einfach wenn die Bibel uns Johannes Kapitel 1 Vers Johannes Kapitel 1 Vers 14 Vers 14 und sagt und der Logos ist Fleisch geworden und hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen voller Gnade und Wahrheit und wir haben seine Helligkeit betrachtet eine Helligkeit wie die Helligkeit des einzigen Sohnes des Vaters also das heißt nein 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 der Herr der das Wort ist kann doch nicht auf diese Erde kommen das ist doch was viele sagen oh Joshua Mashiach liebe Geschwister ihr könnt also alle mit mir alle mit mir einfach erkennen dass die die Gemeinde heute die Kirchen Gemeinde krank sind viele Konfessionen krank sind die Christen heutzutage krank sind so viele geistliche kranken weil sie weil viele einfach nicht erkennen können wer Joshua Mashiach Jesus Christus ist die die sagen Herr Herr aber die Herzen sind weit entfernt von ihm die viele sind durch falsche Lehre verwirrt verwirrt dass Joshua Mashiach nicht der Herr ist aber die Bibel spricht davon ein riesiges Mysterium Halleluja Halleluja der Herr Joshua Mashiach unser Elohim unser Elohim gehen wir mal in 1. Timotheus 1. Timotheus Kapitel Kapitel 3 Halleluja 1. Timotheus Kapitel 3 ich mache das noch größer das Geheimnis der Frommigkeit die Leute wollen also fromm sein die Leute wollen also in der Heiligung Leben und wissen nicht warum wer ist wer bringt unser Glauben in der Perfektion wer macht unser Glauben groß nur Joshua Mashiach die Bibel sagt in Vers 16 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 16 und zugegeben ermaßen das das Geheimnis der Frommigkeit ist groß Halleluja Elohim ist im Fleisch geoffenbart naja ich mache eine Pause hier ich kann überhaupt nicht mehr lieber Geschwister warum wollen wir unser Herr unser Herr begrenzen wieso wollen wir unser Herr der 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 Herr der Schöpfer er hat die Erde erschaffen er hat die Sonne erschaffen er kann die Sonne in seine Hand nehmen er allein kennt die richtige Temperatur der Sonne er braucht also kein Lichtstrahl Laser oder Sonne um die Temperatur zu messen er kann sogar mit den Planeten jonglieren er ist so mächtig so mächtig die die Bibel sagt hier Elohim ist im Fleisch geoffenbart im Geist gerechtfertigt von den Engeln gesehen und der Nationen gepredigt in der Welt geglaubt in Helligkeit aufgenommen worden Halleluja 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 Yeshua Maschia ist unser Herr Yahweh Yahweh er ist das Geheimnis der Frömmigkeit du willst also in der Heiligung leben du willst also fromm sein du willst also die Joshua Maschia gefallen unser Herr gefallen dann fängt erstmal an zu wissen wer er ist ihn kennenzulernen weil er der Meister ist er ist der Vater er ist der Schöpfer er ist der König der Könige die Bibel sagt Halleluja gehen wir mal in ich kann nicht mehr es ist ich weiß nicht mir fehlen die Wörter es der Mose Kapitel 17 jetzt wollen wir mal noch ein Attribut oder ein Eigenschaft von unser Herr Halleluja wir haben gesehen dass er das Wort ist wir haben gesehen dass er das Aleph und Taf ist also Alpha und Omega Joshua Mashiach Mashiach hier zurück zurück zum Genessis 1. Mose Kapitel 17 hier die Bibel spricht von El Shaddai der Allmächtige Elohim der El Shaddai und es geschah als Abraham ein Sohn von 99 Jahren war da ließ sich Yahweh dem Abraham sehen und sagte zu ihm ich bin El Shaddai ich bin El Shaddai er ist der Allmächtige El Shaddai also wenn jemand Allmächtige heißt der kann doch nicht es kann doch nicht so ein anderer Allmächtiges geben wenn er der Allmächtige ist wieso soll noch ein anderer Allmächtiger er ist Allmächtig der Allmächtige El Shaddai nicht nur mächtig nein er ist Allmächtig Yahweh Yeshua Mashiach oh Yahweh du bist so wunderbar du bist so wunderbar aber Yeshua Mashiach hat sich auch so vorgestellt Yeshua marschiert sich auch selber so vorgestellt Offenbarung Kapitel 1 Halleluja in der Offenbarung Kapitel 1 lesen wir in Vers 8 hier das hatten wir das mal gelesen die Bibel sagt ich bin das Aleph und das Taf der Anfang und das Ende jetzt spricht Yeshua sprich der Herr der ist der war und der kommt der Allmächtige Halleluja Halleluja wie können wir wenn Yeshua Mashiach sich hier als Allmächtige vorstellt deswegen sagte er zu Philippus Philippus wer mich gesehen hat hat der Vater gesehen wie kannst du noch sagen wo wo der Vater ist kein Wunder kein Wunder dass die Juden immer so irgendwie die wollen ihn steinigen die wollten ihn einfach steinigen die haben alle gesagt wir wollen dich steinigen weil du dich so irgendwie der Herr gleich gestellt hast jetzt wissen wir dass du einen Dämonen hast Joshua sagt die Bibel sagt hier dass Joshua Maschia sich als der allmächtige allmächtige El Shaddai er ist der El Shaddai der ist der war und der kommt Alleluja Alleluja Joshua Maschia sagt hier er ist der El Shaddai in 1. Timotheus haben wir gelesen dass der Herr dass der Herr Fleisch geworden ist das Geheimnis der Frömmigkeit wollen wir in der Frömmigkeit leben in der Heiligung leben die Zeit ist gekommen Joshua Maschia kennenzulernen nur so können wir vom Heiligung in der Heiligung leben Halleluja ja ja nur Joshua Maschia folgen keine bestimmte Gemeinde kein Pastor kein Prophet kein Apostel oder sowas kein Bischof oder kein Priester nein Joshua Maschia das ist ein Wahnsinn das ist Wahnsinn in hier in Johannes das haben wir letztes Mal gelesen in Johannes Kapitel das war in Kapitel 10 Johannes Kapitel 10 Vers 30 sagte Joshua Halleluja ich und der Vater sind einer kein Wunder wenn es ein Allmächtiger gibt kann nur ein Allmächtiger geben beide sind einer Halleluja 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 Oh Joshua Maschia Du bist so wunderbar Du bist so wunderbar wir haben gerade gesehen dass der Herr der Allmächtige ist und es gibt keine andere Allmächtige es gibt nur ein Allmächtiger Halleluja es können nicht zwei geben nein es können nicht zwei geben Oh Joshua Maschia also nehmen wir noch einen anderen Aspekt es gibt so viele so viele in der Bibel wenn wir anfangen solche Lehre zu machen wer Joshua Maschia ist wir werden wir werden Teil wir sind jetzt auf Teil 3 wir werden Teil 10 Teil 20 Wahnsinn so viele es gibt so viel über Joshua Maschia zu entdecken Halleluja in 1. Mose Kapitel 10 Halleluja lesen wir mal also Vers Vers 17 da werden wir noch noch eine andere Eigenschaft erkennen Halleluja Vers 17 da steht denn Jahwe eure Elohim ist er ist der Elohim der Elohim und der Adonai der Herr also der Herr der Herrscher so steht das in der anderen Bibel der El Gadol Gadol steht also für Gadol bedeutet der große El Halleluja diese Übersetzung die Bibel von Joshua Maschia diese Bibel diese Bibel offenbart wer Joshua Maschia ist weil alle Namen die Namen die die übersetzt wurden weil weil durch diese Übersetzung haben wir die ganze Bedeutung irgendwie verloren aber in diese Bibel kommen wir zurück wir bringen wir mit Joshua Maschia Gnade wurden also die Namen zurückgestellt genauso wie sie gegeben wurden und so erkennen wir wie groß Jahwe ist Halleluja Halleluja er ist der Elohim der Elohim der Herr der Herr der König der Könige Halleluja El Gadol der Gibor Halleluja mächtig das ist der mächtigste der El Gibor und der Furchtbare der keine Angesicht erhebt und kein Bestechung Geld annimmt dieser Herr folgt es nicht darum wenn du so viel Geld gibst dann wirst du gesegnet wenn du sowas wie in vielen Gemeinden du kannst ihn nicht also bestech nein nein das bringt nicht diese Pastoren die erzählen ja wenn du dem Pastor dein Zehnte gibst dann wirst du gesegnet nein der Herr unser Herr sagt also das Wort sagt jetzt der Herr liebt also einen fröhlichen Geber man soll also auf sein Herz geben ohne Zwang aber diese Pastoren die zwingen die Leute wenn du nicht gibst dann bist du verflucht bla 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 ja nein nein Joshua Mashiach sagt er schaut die Herzen darum wollen wir nicht also das Wort verkaufen darum wollen wir nicht also dass wir wollen nicht also das Wort die Bibel die wir wollen einfach diese Bibel umsonst kostenlos weitergeben das Evangelium soll kostenlos sein da gibt es also diese Gemeinde oh ja es gibt heute kommt also ein Prophet Antritt ist so viel so viel die beste Plätze die VIP Plätze sind da vorne also die da die die mehr Geld geben kriegen also ein besonderes Segen von den Propheten er will also bestimmte prophetische Schwachsinn total Schwachsinn und wenn sowas gibt dann sieht man also dass die Menschen anderen Menschen folgen statt Joshua Mashiach ich sage zurück zum Wort zurück zu Joshua Mashiach der Herr Joshua Mashiach unser Herr der Allmächtige Yahweh stellt sich also Abram der steht Abram als El Shaddai ich bin der Allmächtige und dann kommt noch er sagt also zum Volk Israel ich bin der Herr der Herr ich bin der König der Könige ich bin der El Gibor ich bin der El Gadol Halleluja so mächtig der große El so mächtig es gibt keine andere El es gibt keine andere Elohim ich bin Joshua er er ist der König Joshua ist der König die Bibel sagt uns also in der Offenbarung Halleluja Offenbarung Kapitel Offenbarung Kapitel Kapitel 19 Joshua Maschia zeigt sich Kapitel 19 als er auf diese Erde kommen wird zurück kommen wird Joshua Maschia hier sind wir auf Vers 11 und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf sitzt heißt treu und wach und er richtet und kämpft in Gerechtigkeit er richtet die Bibel sagt auch dass es nur einen Richter gibt und der Richter ist Yahweh aber hier steht dass Joshua Maschia richtet und seine Augen sind wie eine Feuerflamme genau die gleiche die gleiche Beschreibung wie in der Offenbarung Kapitel 1 und auf seinem Haupt sind viele Diademe er hat einen Namen geschrieben den niemand kennt außer er selbst was ist das für ein Name Joshua und er ist mit einem Blut getauchten Mantel bekleidet und sein Name heißt und sein Name heißt und sein Name heißt das Wort Elohim er ist das Wort er heißt das Wort Elohim der Logos was wir in Johannes Kapitel 1 lesen das Wort der Logos war bei Elohim und die Kriegsherren die Kriegsherren die im Himmel sind folgten ihm auf weißen Pferden mit feinen Leinen bekleidet weiß und rein das ist die Gemeinde aber da will ich nicht reingehen aber weiter 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 zu viele Details und aus seinem Mund geht ein großes scharfes Schwert genauso wie in Kapitel 1 heraus so dass er damit die Nationen schlage und er wird sie mit einem eisernen Zepter weiden und er tritt die Kälte weiden das ist also der oh oh also und er tritt die Kälte des weines weines leidenschaftlichen wut und des zornes Elohim des allmächtigen versetzen und er hat auf seinem Mantel und auf seine Hüfte den Namen geschrieben König der Könige und Herr der Herren Alleluja der Selber der Selber Alleluja von 5. Mose Kapitel Kapitel 10 dort Halleluja wir können doch nicht also zwei Herr der Herren haben er ist der Herr über alle Herren und wenn Yahweh sich also als Herr der Herren zeigt und wie viele gibt es wie viele es gibt nur ein Herr der Herren es gibt nur ein Allmächtiger Joshua ist Yahweh Halleluja Halleluja Oh Joshua Mashiach Joshua ist Yahweh Yahweh der Herr wir haben also heute wieder diese Frage beantwortet wieder bestätigt wieder bewiesen dass Yahushua Mashiach der Vater ist Halleluja man kann die beiden nicht nicht trennen nein nein Yahushua sagte wer mich gesehen hat hat der Vater gesehen Yahushua sagte warum wieso suchst du nur der Vater wer mich gesehen hat der Vater gesehen weil wir beide der Vater und ich sind wir einer Halleluja Halleluja man kann uns nicht trennen Halleluja Joshua ist auf diese Erde gekommen der Herr hat sich also so geoffenbart nur um die Menschen Halleluja und die Bibel sagt Joshua hat sich also die Menschen so gezeigt nur um die Menschen zu zeigen zu zeigen also was die Beziehung mit dem Vater ist die Beziehung Vater und Sohn wollte unser Herr zeigen Joshua ist schon so oft auf dieser Erde gekommen deswegen sagte er zu den Israeliten Hallo euer Vater Abraham hatte meinen Tag gesehen wenn wir noch in Details gehen also über Merkisedek wer ist der dieser Engel des Herrn der sich immer es gibt so viele Beispiele Halleluja die Bibel sagt dass Yahweh der Hirte ist deswegen hatte David gesagt der Herr ist mein Hirte und Johannes Kapitel 10 zeigt sich Joshua Maschia als der gute Hirte Halleluja das ist er selber gleich Oh Herr es gibt so viel es gibt so viel wir werden also wir haben diese diese zwei Eigenschaften also gezeigt nochmal bewiesen wer unser Herr ist Joshua Maschia ist der Herr und wenn die Gemeinden wenn die Christen wenn die Leute die sich als Christen bekennen genau die Definition von Christsein annehmen das bedeutet Joshua Maschia kennenlernen und folgen sein Wort folgen dann dann werden wir genau diese Gemeinde sein die Gemeinde die Joshua Maschia abholen wird Halleluja die Gemeinde die die mit Joshua Maschia in der Ewigkeit sein wird Halleluja weil der Herr kommt Joshua kommt für eine einzige Gemeinde nicht zwei oder drei oder vier nein er kommt für eine Gemeinde deswegen sagte er ich baue meine Gemeinde Halleluja Joshua sagte das er baut eine Gemeinde nicht zwei nicht drei nicht vier eine einzige Gemeinde und und in dieser Gemeinde ist er allein der Herr und es gibt keine andere Herr er allein ist der Herr und er baut seine Gemeinde Halleluja Halleluja keine andere Gemeinde keine Joshua Maschia auf diesen Felsen will ich meine Versammlung meine Gemeinde bauen und die Pforte des Hades werden sie nicht überwältigen sagte Joshua Maschia Halleluja Halleluja diese Gemeinde ist also von Menschen aus verschiedenen Orten verschiedenen Nationen verschiedenen keine afrikanische Gemeinde keine europäische Gemeinde keine nein 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 alle diese Menschen haben nur Joshua Maschia als zentral als als Mittelpunkt alle schauen auf Joshua Maschia sagt das Wort Joshua Maschia der unsere er bringt unsere Glaube er vervollständigt unsere Glaube Joshua Maschia noch ein Vers Halleluja ich würde also da beendet Halleluja Hebräer Kapitel 12 Hebräer Kapitel 12 Halleluja Hebräer Kapitel 12 Hebräer Kapitel 12 ich beende das hier Halleluja Hebräer Kapitel 12 Vers 1 Wir sollten dem entsprechen da wir da wir von einer so großen Wolke an Zeugen umgeben sind auch jede Last und die geschickt einwickende Sünde ablegen und in der vor uns liegenden Arena mit Beständigkeit rennen Vers 2 Indem Indem wir die Augen auf Joshua Maschia richten den Urheber und Vollende des Glaubens Liebe Geschwister Das ist es Das ist was wir tun sollen Joshua Maschia folgen Nur Joshua Maschia folgen Nur er allein unser Herr und unser Elohim Herr danke für dein Wort danke für alles was du tust in unserem Leben wir preisen deinen Namen Joshua Maschia Amen Amen und Amen Amen Vielen Dank.